so weiter geht's hier das ist mein so sieht der aus das neuliche schlachtschiff ja aber lässt sich gut fahren also vor die auffahrt rennen vor allen ich muss eh weiter nach fahren ich muss eh weiter nach fahren so ok so ok gut was fahren wir dann als nächstes hier keine ahnung ich habe ja noch was haben wir hier das sind die trennen die drei reiche stufe drei dann kann ich die erst fahren mal hier rückkurs rennen war das doch 123 kann ich leider nicht in der story weitermachen das ist das problem nein war ich falsch getroffen und hier vorne ist noch ein flamingo also weil ich da habe ich ja ok ich mich dazwischen gedrängt habe warum auch immer das ist ja schon hier hinter ja so das team haben wir mit dem sobald ich die nicht alle einzeln abfahre ich fahre die nur mit wenn ich die zufällig irgendwo sehe unterwegs die dies leer so Ja, das ist ja noch einer. Ach, das Rennen habe ich schon gefahren. Das Ding habe ich schon gefahren. Ja egal, nehmen wir es trotzdem mit. Gebt ja auch alles Erfahrungspunkte. Das Ding habe ich schon gefahren. Na geil, ich habe dir gehofft, der sieht mich nicht. Ich nehme gerade die Verfolgung eines Racers aus, also kommt schon, das wird eine denkwürdige Ja. 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 Ein Kopf hinter mir. Und das hat sich jetzt erledigt. Ja. 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 ich habe neue teile meine Kurbelwelle mal rein warte mal kriege ich eine neue Mutterweh so gut 2,97 also noch ein paar Punkte mehr später haben wir es 35, wo habe ich angefangen? 18, ne? so ja komm, machen wir Feierabend so hier unten ist noch ein Timetail ja, da mache ich jetzt Story weiter stimmt das recht so, warte mal die müsste wo haben wir denn die Story-Teile? warte mal, sind da ein paar neue Rennen dazu gekommen da oben ja, passt perfekt ich habe keine Garage in der Nähe scheinbar nicht oh, oh da unten, ja ne, habe ich nicht freigeschaltet egal fahre ich die halte ich die Strecke noch hm 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 hh 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 so dann sehen wir uns bei unserem geheimtreffen schweig 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 Den Blitz habe ich gerade voll getroffen. Den Blitz habe ich gerade voll getroffen. Den Blitz habe ich voll getroffen. Den Blitz habe ich gerade zurückgefallen. Ich glaube ich komme nicht mehr raus. Das Auto ist doch nicht unbedingt für diese Straßen geeignet. Das Auto ist doch nicht gut. Das Auto ist doch nicht gut. Das Auto ist doch nicht gut. Das Auto ist doch nicht gut.